Zwölf Mannschaften aus unterschiedlichen Ländern im Kampf um einen Pokal. Nein, es geht nicht um die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, sondern um ein anderes internationales Turnier. Das beginnt schon einen Tag vor der Weltmeisterschaft und findet nicht in Berlin oder Frankfurt, sondern in Bloorfelde, Eversen statt. Kongo gegen Togo, Ghana gegen Senegal. Mit diesen Partien beginnt am Wochenende der Oldenburger Afrika Cup. Im sechsten Jahr in Folge wird auf dem Sportplatz Kennedystraße um den Sieg gespielt. Jede Mannschaft tritt dabei für ein afrikanisches Land an. Die Spieler kommen aber aus ganz verschiedenen Nationen des Kontinents, erklärt Cyril Lobe Ndumbel. Der Vorstand des Integration e.V. hat den Cup ins Leben gerufen. Zum ersten Mal nehmen in diesem Jahr auch vier Hobbyteams aus der Oldenburger Bunden Liga teil. Das war für uns wichtig, diese Zeichnung zu sagen, wir sollen uns integriert. Und diese Integration, wie gesagt, das ist immer so, das ist keine Einbahnstraße. Das ist beidenseitig. Wir haben zum Beispiel diesen Asamoa, der hier spielt, der spielt in der Nationalmannschaft. Jetzt haben wir auch so eine, sind ganz senegalische Mannschaften aus Oldenburg, die für Senegal spielen. Das ist für uns einfach diese Begegnung, diese Kontakte. Und das ist für uns wichtig. Nigerianer, Algerier, Ivora und Oldenburger. Der Afrika Cup ist ein großes Kennenlernen. Neben den Spielen selbst gibt es dafür bei Essen und Musik ausreichend Gelegenheit. Das Fußballturnier hat eine große Bedeutung für Oldenburg. Davon ist Aicha Polat, die Integrationsbeauftragte der Stadt, überzeugt. Das wird ja dann immer im Rahmen dieses Fußballfestes deutlich, wie viele Afrikaner wir zum einen hier haben und zum anderen auch, wie agil die sind, was die so machen und wie facettenreich eben auch dieser Kontinent ist mit seinen Menschen. Und eine andere große Bedeutung hat der Afrika Nation Cup hinsichtlich der Antirassismusarbeit, weil hier einfach auch sozusagen Antirassismus gelebt wird und auch ein Zeichen und Signal gesetzt wird. Die Stadt hat ihre Unterstützung für das ehrenamtlich organisierte Turnier deutlich erhöht. Die Arbeit von Initiator Lobe Ndumbe ist trotzdem schwierig. Also von Geld kann man vergessen. Es gibt sehr viele positive, die haben so Rückmeldungen, aber das fehlt immer das Geld. Wir haben Sackspende auf jeden Fall, bekommen wir von unseren Sponsoren, aber die Beträge von Geld sind sehr wenig. Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den letzten Jahren hofft Veranstalter Lobe Ndumbe wieder auf viele Zuschauer. Das Turnier findet am 25. Juni und den folgenden beiden Samstagen jeweils zwischen 13 und 19 Uhr statt. Ob der Titelverteidiger Togo zum dritten Mal in Folge den Finalsieg davontragen wird, entscheidet sich beim Endspiel am 9. Juli um 17 Uhr. Der Eintritt zum gesamten Turnier ist wichtig.